Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC Check zu einem neuen Video. Heute mal wieder Otto und zwar mit dem Captiva Ultimate Gaming i67-402 blablabla mit den ganzen Specs dabei für 5.996 Euro. Ihr habt vor kurzem einen Fertig-PC ohne Windows gekauft und wollt euch einen Aktivierungsschlüssel besorgen? Dann schaut gerne mal über den Link in meiner Videobeschreibung bei meinem Partner VIP CDK Deals vorbei, denn dort könnt ihr mit dem Rabattcode PCHK ganze 30% bei Microsoft Produkten sparen. Zahlen könnt ihr ganz bequem via Sofortüberweisung, Visa, PayPal und so weiter. In meinem Fall habe ich PayPal gewählt, weil dies für mich die schnellste Variante war. Danach werdet ihr automatisch in euer Benutzerkonto weitergeleitet und könnt euch dort den Code anzeigen lassen. Den kopiert ihr nun, sucht über die Windows Taskbar nach Aktivierungseinstellung, fügt dort euren Code ein und ihr habt nun ein aktiviertes Windows. Kommen wir zuerst wie immer zu dem Bild. Das Bild ist schon sehr krass fake, vor allen Dingen sieht man hier halt eine Grafikkarte, das dürfte eine Nitro Plus sein, die gibt es nur im AMD Lager, hier ist eine Nvidia Karte drin. Die Lüfter, die hier drin verbaut sind, das sind Corsair Lüfter, aber es ist eigentlich Intertech, also Intertech steht in der Beschreibung und Corsair wird gezeigt, ist also auch falsch, genauso wie die Wasserkühlung. Also da stimmt alles von vorne bis hinten nicht. Auch das Cable-Mod hier und so, das ist schon richtig, richtig traurig, dass die so ein Bild da verkaufen und hinterher sieht es doch anders aus, wenn der Kunde es nach Hause kriegt. Ich finde es auch sehr interessant, dass die hier einfach einen Grafikkartenhalter drunter gebaut haben und die Grafikkarte trotzdem den Arsch runterhängen lässt. Das liegt natürlich auch irgendwo an den Kabeln, weil das ist kein sauberes Kabelmanagement. Die schreiben zwar hier unten noch rein, Abbildungen beziehen sich auf die Präsentation des Gehäuses, bitte Ausstattungsdetails beachten, aber wer sich nicht auskennt und einen fertigen PC kauft, der kann das nicht so wirklich unterscheiden, meiner Meinung nach. Finde ich ein bisschen schwierig. Als Gehäuse haben wir das Lian Li PCO 11DX Dynamic Tempered Glass. Das ist an und für sich ein sehr gutes Gehäuse. Wir haben das in der großen Variante hier, das hat einen guten Airflow, ihr habt viel Platz da drin, Kabelmanagement technisch ist es auch super, haben halt auch viele da stehen. Aber die meisten wünschen sich das auch so, die sehen das bei irgendeinem Streamer oder was und dann wollen die das auch haben. Das ist aber so weit in Ordnung. Und das kostet 148,89 Euro bei Mindfactory. Das Netzteil ist ein Fortran Hydro Pro 800 Watt. Das ist von FSP, das hat fünf Jahre Garantie, nur 80 plus Bronze und festes Kabelmanagement. Das ist echt traurig. Also bei so einem Preis ein nicht modulares Netzteil zu nehmen, was gerade mal den Bronzestandard erfüllt, was die Effizienz angeht, das geht überhaupt nicht. An und für sich ist das Netzteil okay, gar keine Frage. Aber man erwartet da ein gutes Seasonic oder so drin. Also das ist wirklich nichts. Das könnt ihr jetzt so nehmen bei einem, sag ich mal, 2000 Euro System oder was, wenn ihr da ein gescheites haben wollt. Dafür ist es gut geeignet. Man hat einfach eine andere Erwartungshaltung. Das ist also, verstehe ich nicht. Und das kostet 86,90 Euro bei Reichelt. Der Prozessor ist ein Intel Core i7-12700KF. Der hat zwölf Kerne, acht Performance- und vier Efficiency-Kerne, beziehungsweise 20 Threads, also 16 Performance-Threads und vier Efficiency-Kerne, 125 Watt TDP und unterstützt offiziell DDR5-4800 MHz oder DDR4-3200 MHz. Den könnt ihr auch höher laufen lassen. Klare Sache. Das ist ein guter Prozessor, zum Stream geeignet, zum Zocken geeignet. Ich habe ungefähr den gleichen, nur mit integrierter Grafikeinheit, weil ich darüber auch gerne mal rendere. Aber an und für sich ist echt ein guter Prozessor und ihr könnt damit auch in der Zukunft auf jeden Fall noch gut daddeln, selbst wenn ihr die Grafikkarte aufrüstet. Und der kostet 429 Euro bei Mindfactory. Die Wasserkühlung ist eine Enamax Lig Max 3. Die ist jetzt nichts besonderes. Was ich sehr interessant finde, ist, dass die eine TDP von 360 Watt hierhin packen. Das wird die auf jeden Fall nicht schaffen. Also die hat wahrscheinlich auch schon Probleme mit dem 12900K, wenn man den vor allen Dingen noch übertaktet. Für den Prozessor ist die aber völlig ausreichend. Ich hatte die mal als 240er auch hier zu Hause. Also die hat ihren Job gemacht. Ist jetzt halt nichts besonderes. Kein Display drauf oder so. Was auf dem Bild euch auch suggeriert wird, dieser Pumpenkopf mit dem Display und so, das ist alles nicht dabei. Aber hat RGB-Beleuchtung, beleuchtet den Kopf immerhin. Und die kostet 92,90 Euro bei csvdirekt.de. Dazu habt ihr einfach nur noch dieses Mounting-Kit, also dass man quasi die Wasserkühlung, die ja schon ein bisschen älter ist, mit dem neuen Intel-Generation benutzen kann. Das ist überhaupt kein Problem. Die kostet irgendwie 2-3 Euro. Ich habe die auch rausgesucht, das hinterher im Warenkorb zu sehen. Und dann haben wir hier einmal die Gehäuselüfter und hier sehen wir auch Intertech. Das sind keine Corsair. Das sind Intertech, Argus, RGB, Fanset. Das steht hier unten auch nochmal zweimal, weil es halt zweimal verbaut ist, damit eben die Seite und die Unterseite mit Lüftern versorgt ist. Das sind weiß Gott keine besonderen Dinger. Die haben eine Fernbedienung dabei, dass sie ein bisschen die RGB-Beleuchtung steuern können. Hier ist auch noch so ein Streifen mit dabei. Ob sie den überhaupt verbauen, weiß ich nicht. Aber ich habe wirklich nur dieses Set gefunden. Es sind halt RGB-Lüfter. Kann man aber mit Corsair nicht vergleichen von der Qualität her. Und die kosten pro Set 27,89 Euro bei Mindfactory. Als Mainboard bekommen wir ein MSI-Mac Z690 Tomahawk. Das haben sie tatsächlich gut gewählt. Z690-Schipsatz. Ihr könnt übertakten, wenn ihr möchtet. Das ist jetzt auch nicht so ein Einsteiger-Board. Das ist schon etwas gehobener. Es gibt ja von Gigabyte welche. Die kosten dann irgendwie 150 Euro weniger. Da kriegt ihr auch schon Z690 bei. Ihr habt noch Wi-Fi mit dabei. Ist auch DDR5. Ganz wichtig. Also ist kein DDR4-Board. Das macht es auch nochmal ein bisschen teurer. Aber ist qualitativ völlig in Ordnung. Das hat gekühlte Spannungswandler. Hier RAM-Bänke. Hier kann SSD verbaut werden. Hier unten kann noch eine verbaut werden. Hier unten seht ihr schon an der 3 und 4, dass ihr da auch jeweils noch eine SSD verbauen könnt. Die Grafikkarte kommt hier rein. Und über die Erweiterungsslots könnt ihr noch eine Capture-Karte oder ähnliches anschließen. Dann haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth, Netzwerkanschluss, 3x USB 3.1. USB-Typ C ist auch mit dabei. 2x USB 2.0 und 2x USB 3.0. Ein Flash-Barrows-Button. Und die Onboard-Grafikanschlüsse könnt ihr hier nicht benutzen, weil es ein KF-Prozessor ist. Und das F bedeutet immer, dass er keine Onboard-Grafik hat. Ist aber dann irgendwo egal. Weil ihr habt ja eh die Grafikkarte. Also es ist echt ein solides Mainboard. Keine Frage. Haben sie gut ausgewählt. Und das kostet 322,89 Euro bei MineFactory. Und bevor jetzt die Leute in den Kommentaren wieder schimpfen. Ja, bei fast 6.000 Euro erwartet man ein anderes Mainboard. Ich sage nur, das Mainboard an sich ist gut. Kann man so in einem 2.000, 2.500 Euro System gut verbauen. Hier ist es natürlich dann bei dem Preis wiederum ein bisschen fehl am Platz. Das gilt natürlich auch für jetzt zum Beispiel für den Prozessor. Man erwartet ein 12.900K und so bei diesen Preissprüngen. Aber wir machen es jetzt so, wie die Liste es halt sagt. Dann bekommen wir hier DDR5-Speicher. 64 GB. Wenn man ein bisschen runterscrollt, sieht man auch die Taktung. Hier steht 4800 GHz. Das ist natürlich Megahertz gemeint. Da haben sie dann irgendwie einen Buchstabendreher drin. Da wir nicht genau wissen, welcher es wird, nehmen wir einfach den Kingston Value RAM. Das könnte der grüne sein, der schwarze. Es kann mit RGB beleuchtet sein oder auch nicht. Das sind jetzt hier 2x16 GB. Die haben wir 2x in den Warenkorb gepackt, damit wir auf diese 64 kommen. Weil es den halt einfach nur als 2x16 GB bisher gibt. Auf dem Bild werden ja auch 4 RAM-Bänke suggeriert. Die sind zwar schwarz, aber gut. 4800 MHz ist halt nichts. Den kann man locker mit 5600, wenn nicht sogar 6000 MHz betreiben. Also da haben sie richtig hart gespart. Und der kostet 109,90 Euro bei Cyberport. Als Grafikkarte bekommen wir eine RTX 3090 24 GB. Da wir nicht wissen, was wir hier bekommen, nehmen wir die Gigabyte. Die ist die günstigste im Moment am Markt. Eine 3090, ob sie Sinn macht, lasse ich da hingestellt. Bei so einem System, wenn es so teuer ist, sollte man natürlich mit einer 3090 rechnen. Wenn nicht sogar mit einer 3090 Ti. Aber ich persönlich sage euch ganz ehrlich, nehmt eine 3080 Ti, dann seid ihr happy. Oder ihr wartet irgendwie auf die 4000er Varianten. Aber die kosten ja auch bis zu 2000 Euro pro Grafikkarte. Und das ist echt schon ziemlich hart. Mit der hier könnt ihr auf jeden Fall gut auch in 4K spielen. WQHD, nachdem welche Einstellungen ihr habt, welche Spiele ihr habt. Also den FPS-Test dazu findet ihr einfach unten in der Videobeschreibung. Ist auf jeden Fall eine Top-Grafikkarte. Und die kostet 1099 Euro bei MineFactory. Als SSD bekommen wir eine 2TB M.2 NVMe SSD. Hier steht tatsächlich noch, dass es irgendwie eine SATA wäre. Aber weiter oben steht halt M.2. Also nimm eine M.2. Wir nehmen jetzt einfach mal die Kingston NV1. Wir wissen ja gar nicht, was wir genau kriegen. Es kann auch eine Samsung sein oder so. Aber die ist relativ so vom Durchschnittspreis her gut angepeilt im Warenkorb. 2TB bei der Preisklasse ist auch ein bisschen wenig. Aber so ist es halt einfach. Und die kostet 148,89 Euro bei MineFactory. Die Lüfter, die haben wir uns eben angeguckt. Jetzt bekommen wir noch Windows 11 Home 64-Bit dazu. Warum sie die Home-Variante nehmen, weiß ich nicht. Die meisten nehmen ja immer Pro. Hier ist es allerdings so, und wir brauchen auch Windows 11 wegen dem Prozessor, weil der diese Performance und Efficiency-Kern hat. Und Windows 10 kommt nicht so gut damit klar. Windows 11 kommt besser damit klar. Kann ich besser ansteuern, mehr Performance. Ist okay, dass es dabei ist. Und das kostet 68,99 Euro bei MySoftware. Ansonsten bekommen wir halt noch ein Handbuch und ein Netzkabel mit dabei. Das ist jetzt nichts Besonderes. Dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben wir die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, dieses LGA 1700 Kit für die Wasserkühlung, die Lüfter, das Gehäuse, die Wasserkühlung selbst, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von. 2.673,43 Euro. Das System soll kosten. 5.996,42 Euro. Ja, jetzt könnte man natürlich meinen, okay, dieses Angebot ist entstanden, als wir die Grafikkartenkrise hatten, wo ja die Preise so hoch waren. Wenn ich mir den Preisverlauf von dieser Gigabyte 3090 so angucke, war die am höchsten Peak für ein, zwei Tage vielleicht. Bei 3.600 Euro, danach ist er hart gedroppt, man sieht es ja hier. Aber selbst wenn wir jetzt diese 3.600 nehmen, minus die 1.100, dann bleiben halt einfach noch 2.500 Euro übrig circa. Rechnen wir hier 2.500 Euro drauf, landen wir bei ungefähr 5.200 irgendwas. Und das Ding kostet einfach 6K. Und das ist einfach Quatsch, selbst wenn das also in dieser Grafikkartenkrise da gewesen wäre, das System, und die haben den Preis einfach ewig nicht geändert, wäre es trotzdem zu teuer gewesen. Viel zu teuer. Also lasst die Finger davon, es ist mal wieder Otto, ja ich weiß, und dann sind es diese Captiva-Dinger, lasst bitte einfach die Finger davon. Kauf bei Dubaro oder Crotus, Agando, Memory PC, von mir aus bei Megaport, aber bloß nicht hier. Auch bitte nicht bei Amazon oder so, da ist auch nur Schrott. Ist ganz selten, dass ich da mal irgendwo ein System sehe, wo ich wirklich sage, okay, das kann man einigermaßen bedenkenlos nehmen, aber das hier ist wirklich eine Katastrophe. Macht es einfach nicht, macht es nicht. Wenn ihr einen PC für 6K sucht, dann wartet auf die neue Generation, kommt in unseren Discord, wir machen euch eine Konfig fertig, auch mit DDR5 von mir aus, wie ihr wollt. Aber rein konfigurationstechnisch und preistechnisch ist es halt einfach Müll. Es ist halt so, wie es ist. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen, lasst nur mich nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal.